Ich hatte gerade irgendein richtig komischer Name angeschrieben. Keine Ahnung. Der hieß irgendwie K-K-X-X-irgendwas, Heiko. Weißt du, wer das ist? Das ist Tim. Das ist Kirchenstaat. Köln. Ah, ne, nicht Köln. Kölnstaat, ja. Der Kirchenstaat, der so komisch... Nein, das ist der Tim. Das ist falsch. Ne, der heißt XX. Meinst du den? Das ist der Pole. Meinst du X-Y-R-Y-X? Das ist Köln-Spieler, der gerade mit dir redet. Nein, ich meinte den Polen, der hatte mit mir... Der hatte irgendwas da mit mir. Ich habe dem Geld geschickt, weil ich gedacht habe, ich müsste mal die Relation verbessern und... Die Relation... Die Relation, genau. Ja, Mann, die Beziehung hätte ich verbessern müssen. So, wenn ihr um 19 Uhr einen Rehost machen solltet, bin ich dabei, denn ich geh jetzt. Ne, du gehst jetzt? Also, ich geh jetzt was essen. Ja, du kannst ja nicht mehr laufen lassen. Welche Nation bist du denn? Ja, gut, dann lass mich laufen. Welche Nation spielst du denn? Äh, Köln. Ah, okay. Äh, ist der... Ne, wo ist denn der Kirchenstadt? Ach, da! User left your channel. Das heißt ja... Ihr greift mich hoffentlich nicht an. Nö, ich werde den 15 Minuten nicht. Alles gut, alles gut. Ich habe immer noch keinen Nachfolger, kannst du dir das vorstellen? Österreich. Wärst du dir so lieb und würdest die Belagerung meiner Hauptstadt irgendwie... Ja, ich bin jetzt... Wem belagere ich? Achso, achso, ja, ja, du bist ja Holländer, ne? Ja. Ich versuche mal, was ich kann da oben. Nur, ich habe die gerade einmal geschlagen bei mir unten und dann komm jetzt wahrscheinlich gleich mit ihr allen mit ihrem Stack da hoch, deswegen... Ja, die sind da... Die ihren Hauptstädten... Bisschen viel. Der Franzose belagert ja fein weg. Ich meine, klar, wenn deine Hauptstadt fällt, ist es auch nicht so schlimm. User join your channel. Mani? Bitte? Ähm, ich wollte dich noch sagen, ich habe ja... Ich erobere mich ja in Neapel ein und das sind ja nicht... Reichsprovinzen. Kannst du zufügen? Kann ich gerne hinzufügen, wenn du willst. Okay, dann kommst du nicht schneller zu deinem... Was ist mit dem Venezianer? Hat er da Problem? Hm, es sieht bloß so aus, aber... Okay. Konzentriere mich grad auf Serbien. Alles klar. Dass du aus Mal nicht zu viel... Nimmt. So viel, so viel möglich zu besetzen. Ich mach das einfach, wenn ich dich. Wenn du willst. So, ja auch. Du musst ihm auch schnell helfen. Ähm... Was ist hier eben? Aragon noch? Die Dino... Ähm... Ich hab nämlich... Ja. Ich hab nämlich 5 Ster... äh 5 Nahrkampfgenerale deswegen. Äh... Achso, ja. Worte. Okay. Äh... Und dann mein Agent wurde entdeckt. Hallo, Manni. Bitte? Hallo, hast du was gefragt? Du hast was gefragt, Manni? An Steam hast du mir was geschrieben, wie in den Hannes liegen oder wie? Ja, wie das mit den, äh... Oh, ich glaub, da krieg ich auf die Fresse. Gegen wen führten hier grad Krieg? Ui. Achso, Burgunda immer noch. Äh... Und Venedig führt Krieg mit Serbien und Byzanz. Okay. Oh, die Österreichische Armee hat einen Brutalschlag bekommen. Ja, Manni... Aber dafür ist die Scheiß-Belagerung aufgelöst. Manni, gibst du mir die Belagerung noch voll? Äh... Venedig bist du gerade da? Oder Pfalz? Ja. Das sind halt die gesamte Armee drauf. Frag mich mal an, ob ich dich im Krieg unterstütze, weil... sonst hab ich ohne Kriegskritte. Sorry, Hundwelt. Übrigens, Lübeck, du bist ne Handelslieger, das geht nicht. So mal kurz, AFK. Der gegen, äh... Der gegen, äh... Der gegen, äh... Ne, der gegen Byzanz und so. Und Serbien. Äh... Ist der Holländer hier? Wer fragt das hier gerade? Ich. Janik. Janik. Ja. Der Holländer ist hier. Ja. Kannst du deinem Franzosen mal sagen, dass er da auch mal ein bisschen arbeiten kann, da oben? Moment mal ganz kurz. Ich muss euch mal kurz entführen. Wäre ganz cool. Was möchtest du von uns jetzt, was wolltest du nochmal von uns wissen, Manni? Äh, ja, wegen den, äh, genau, Entschuldigung. Äh, wegen der, äh, ganzen Handelsnation. Ich meine, wenn ich, äh, eine Nation zu meinem Handelsbündnis hinzufüge, das ist doch dann auch eine Beziehung, oder? Äh, nein, wenn du eine Handelsliga aufmachst, dann kostet dich das irgendwie ein, zwei diplomatische Beziehungen und fertig. Ah, okay, gut, alles klar. Das ist ein fester Wert. Ist eigentlich Genua auch ein... Nein, Genua ist kein Spieler. Nein, Genua ist kein Spieler. Nein, Genua nicht. Genua ist fressbar. Und, oh mein Gott, ich sehe gerade, dass Venedig durchbelagert wurde. Oh mein Gott. Ja, nein. Ja, nein. Was ist denn das? Er hat ja, er hat ja jetzt schon Serbien und... Ach so, alles wird von Byzanz. Ah, okay. Oh, danke für den Tipp im Chat. Wieder bei Speed 1, so. Ich bin dann kurz mal bei Janne. User left your channel. Oh Mann. Ich habe keine Mission zu wählen. Toll. Jetzt entlagert der gleich eventuell die Bourgogne wieder zurück, ne? Also... Hallo. 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 Ich könnte mit dem Frieden schließen, glaube ich, als... Ja, wegen dem Unabhängigkeitskrieg. Ich war gerade Kirchenstadt am Helfen bei Ferrara. Ach, deswegen. Okay. Ich habe deswegen meinen kompletten Truppen. Also 8000, aber... Naja. Ja. Oh, ich habe einen Nachfolger, Jungs, ihr könnt mich wählen. Auf geht's. Wählt, 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 wählt. Wählt, wählt, wählt. Ich könnte schon die Unabhängigkeit erklären, aber sonst nichts weiteres fordern. Im Prinzip. Alle wählen? Ja, gut, okay. Heiko, du kannst mich nicht wählen, aber das ändern wir. Was hältst du da vom Frankreich? Einfach so? Frieden? Brandenburg wählt Österreich, aber es ist ausgekraut. Nein, nein, mach noch keinen Frieden wieder. Okay. Lass erstmal Brabant frei, weil... Brabant ist wichtig. Was hat mein König eigentlich für Eigenschaften inzwischen? Nein, unfruchtbar! Egal, ich habe schon einen Thronenfolger. Der Papst... Der Papst ist eh mega cool. Wieso ist mein Thronenfolger nur ein Jahr jünger wie mein... Der Papst ist besonders geil drauf, weil er im Reich ist. Er ist noch viel geiler. Und Venedig auch. Ist auch total geil. Ist auch im Reich. Easy. Also du hast... Aber dir fehlt noch was. Dir fehlt Urbino noch, oder? Kürzenstart, ich hoffe dir bewusst, dass du grausam bist, oder? Ich bin grausam, ja. Und ich bin fanatisch. Sehr gut. Habe ich ja schon kreuzzüge in Tunesien ausgerufen. Ach so. Gut. Äh, Venezianer, wie geil ist das eigentlich? Wie wirst du den... Kannst du eigentlich... Kommst du an Konstantinopel ran? Ne, ne? Das wäre absolut geil. Das wäre so lustig, wenn das einfach... Äh, Manni, irgendwie ist jetzt Kohlberg an Mecklenburg gefallen. Das finde ich jetzt nicht okay. Ja. Keine Ahnung. Weil das haben die Rebellen geholt. Kannst du das zu... Kannst du das zu... Ja, wenn Rebellen irgendwas holen, dann kann ich nichts ändern. Kannst du da nichts dran ändern. Weil ich will jetzt eigentlich Mecklenburg deswegen nicht den Krieg erklären müssen. Ja, musst du wahrscheinlich. Also ich kann das nicht ändern. Das ist kein unrechtmäßiges Territorium, was die da gefordert haben, wenn die das über Rebellen geholt haben. Okay, dann wird Mecklenburg jetzt mal neue Rivale. Scheiße, geht nicht mal. Kann ich... Äh, bei Mecklenburg bin ich dabei. Ja, wir haben gegen die noch Frieden. Ja. Kann ich tatsächlich nicht ändern, Jungs. Tut mir leid. Tut mir leid. Du könntest unabhängig werden, ist das richtig, Holland? Ja, im Prinzip, aber... Was willst du denn noch mehr erreichen? Nur um das jetzt mal kurz zu fragen. Ja, Frankreich wollte, dass ich noch trabantend lasse. Frankreich, nur mal so am Rande. Ja. Du solltest nur einmal schreiben, dass deine Siegprovinz jetzt gekohrt ist. Also, dass du deine Siegprovinz erobert und gekohrt hast. Ja, er ist gerade im Krieg schon. Ja, ja, ich weiß. Österreich, Hilfe. Hilfe, Österreich. Nur, dass du danach einmal dran denkst. Tut mir leid. Oh Gott, nein. Ja, ich hab bei mir das auch mitbekommen. Ich hab noch nicht gekohrt, aber... Ja, du hast noch nicht gekohrt. Du musst es schreiben, sobald du es gekohrt hast. Ich bin mir bei Rousselion 1451 auf. Danke. Nein, das kann nicht sein, Alter. Es sind echt viele, die jetzt ihre Siegprovinz jetzt schaffen. Äh, 1452 ist fertig. Am 15. Oh nein. 1452 ist auch meine Siegprovinz. Oh nein. 1452 ist auch meine Siegprovinz. Fuck, die wurden gestankt. Ja, ich laufe schon hinterher. Wie blöd, ey. Ich kann's nicht erinnern. Ich bin nochmal wieder bei Yannick. Tschüss, viel Glückwunsch. Oh Gott. Tschüss. Oh Gott. Was ist mit Reichsreformen? Bin ich... Boah, da geht grad gar nix. Ja, das geht schon, wenn ich ein bisschen was erobert. Ich kann ja bestimmt irgendwann noch mehr hinzufügen. Und ich in Neapel kann auch noch was hinzufügen. Was gehört hier zu Untertanenstaaten? Wer hat hier was verbrochen? Anscheinend ist ein Kurfürst. Und Österreich. Manni. Welcher Kurfürst ist hier, ist hier Untertanenstaat? Bitte? Falls. Warum machst du das zum Vasallen, du Vogel? Wer ist Untertanenstaat? Ganz großes Kilo, Johannes. Ganz großes Kilo. Kreuzzug gegen Bayern. Zur Befreiung der Fall ist. Du weißt schon, dass mir das... Ich hätte jetzt eigentlich 0,13 monatliche Autorität. Jetzt habe ich 0,03 wegen der Scheiße, die du da abziehst. Ich weiß, wieso Bogons es immer so abzieht. Boah. Wir haben dann die neue Metaille. Das ist schon grenzwertig. Der Pausch verurteilt das auf alle Fälle. Ja, der Pausch findet es nicht gut, Johannes. Was machst du jetzt? Findet auch nicht geil. Ja, der ihn juckt das halt einfach nicht. Kannst du dich bitte nicht einfach nur unabhängig machen, Alter? Hä, meine Fresse. Ja, mach dich einfach unabhängig. Bitte, bitte, weil... Ähm... Ich... Den solchen dann... Und dann lässt du den Vasallen frei. Dann lasse ich den sofort frei. Alles klar. Aber das... Ja gut, eine Reichsstadt kann ich neu finden. Dann Kurfür... Nimm Luca als neue Reichsstadt. Nimm Luca als neue Reichsstadt. Kann ich den entziehen? Ja, warte mal. Du kannst Luca als Reichsstadt. Und Manni... Wenn du es entziehen kannst, ist das besser. Manni, du kannst auch den Savoyano noch fragen. Ich frage ihn mal. Ich bin gut mit ihm. Vielleicht gibt er die beiden Provinzen noch hinzu. User left your channel. Alles klar. Gut. Ohne offizielle Religion kann ich da eh nichts machen. Ich bin mal wieder weg. Jo. Danke für die Unterstützung, ne? Ach so, ja. Mein Land ruiniert wegen dir. User left your channel. Memmingen. So. Reichsstadt widerrufen. Das hat weh getan. So. Ähm... So, jetzt hier... Die Verbesserung stoppen. Wo ist denn das hier? Einfluss. Vassalisierung. Wir können unsere Stadt nicht beenden. Waffenruhe. Manni, hast du gerade... Hast du ja drei Satriert verloren? Ja, durch... Die... Durch das... Ich musste hier Memmingen entziehen. Hab jetzt aber Luca wieder neu. Ich kann das erst, wenn... Das Stream geht noch ledig. Wenn die Waffenruhe vorbei ist. Dann kannst du erst den Vassal herlassen. Ja. Dann ist die Waffenruhe vorbei. 1466. Ach du Scheiße. Boah, ey Johannes. Wir können unseren untertanen Status nicht beenden, wenn dieser von einer Waffenruhe geschützt wird. Da hab ich... Jetzt hast du echt einen Stein im Brett, ne? Aber du könntest es dann auch einfach nicht hin und der könnte einen neuen Kurfürsten aussuchen. Ja, das dauert ja noch länger. Hm... Also ich lass es dir frei, sobald ich's kann. Bitte. Ich bin kurz weg. Ich hoffe, mein Land stellt nichts Blödes aus. Ähm... Doch. Aber wie lange bist du weg? Kurz, zwei, drei Minuten. Achso, okay. Ich brauche mich nicht unbedingt. Wie sieht's mit der Wahl? Ja, ich hab... Nochmal um das zu vervollständigen. Ich hab Reichsautorität verloren, weil ich dem Bayer die Reichsstadt Memmingen entlassen habe, damit er's reinigen kann. Dafür krieg ich aber die Pfalz als... Ja, nur so als Tipp, das nächste Mal, wir waren schon bei 40 und jetzt hat Savoy noch zwei, da wären wir bei 42. Du kannst jetzt warten bis nächstes Mal, bis du 0 bist und dann kannst du so eine Reaktion noch machen. Ja, gut. Weil das ist wieder nicht ins Minus. Nur so als Tipps das nächste Mal. Kastilien bietet mir ein Bündnis an. Wird Kastilien gespielt? Ja, ja. Habe ich noch was frei? Ich hab leider nichts mehr frei, muss ich ablehnen. Kann ich dem schreiben, dem Dude? Ja. Also wir sind jetzt noch im Bündnis, ne, Holland? Ja, den kannst du gerne bündigen, wenn du willst. Alles klar, würde ich gerne tun. Ja, adentlich da am Stuhl drüber mal kurz drüber gerutscht oder was. Ah, der Mainzer, der wählt mich inzwischen auch, ne? Jo. Das reicht mir. Deswegen wolltest du Ferrara haben. Vielleicht wolle ich deswegen Ferrara haben? Ja. 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 Natürlich hau ich dann ab, wenn die Beinen beginnen. Führend übrigens im Augustkrieg, stelle ich da schon mal drauf ein. Ich oder was? Nein, also Manni, dich interessiert es nicht. Sicher, die haben zwei Stellen, General. Ja, das ist gut. Kannst du schon mal Richtung Magdeburg stellen. Also ich will Magdeburg eigentlich nicht angreifen, aber die ziehen halt mit. Warte, 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 Magdeburg. So, ich spame jetzt gegen Captain Vito an, sodass er rausfliegt. Ich weiß nicht, so Diktaturaufbau in Polen, aber davon heilt ja ein Scheißer halt, ne? Aber was will man machen? Was will ich machen? Ich meine, die Polen, die brauchen halt alle paar Jahre ihre Diktatur. Die sind es nicht gewohnt, dass sie so lange alt wie einiges Land sind. Junge, Junge, Junge. So, ich hoffe, wir haben keine Polen unter uns. Ja, da hast du schon verkackt, mate. Die mögen mich jetzt nicht mehr. Die mögen mich jetzt nicht mehr. Ne. Boah. Weniger Unterhalt oder mehr Moral? Äh, ich... Wenn du Krieg führen willst, mehr Moral. Wenn du erst in den Friedensseiten bist, würde ich sagen, weniger Unterhalt. Aber ich habe ja momentan Geld. Oh, Gott sei Dank. Dann... Tja... Du bist halt gut gerüstet. Okay, äh... Hanse, du kannst dann kommen. Äh, ich bilde gerade noch ein paar Soldaten aus. Und ich will meine Flotte wieder in Sicherheit. Okay, ich wäre mich jetzt bereit. Umso früher, desto besser. Zu wenige Rivalen, was soll das jetzt? Du bräuchst dich halt, äh... Rechte bei Mecklenburg. Die musst du sich schnell selber holen. Äh, was muss ich? Bei Mecklenburg brauchst du Zugangsrechte. Ich glaube, die Rebellion gewinnt so ein bisschen. Welche Rebellion und wo? Rosen. Kriegt der Rosen in England. Mein Nachbar. Hat der Ei. Vielleicht will der das auch, oder? Ja, aber du kannst ja die Seiten davor auch suchen. Achso, hä? Was macht der denn dann da? Komischer Engel. Teilweise drei... Also... In Leng... Boah. Lengelshire ist momentan 28.000. Also... Ich glaube, er hat seine Armee verloren. Das ist nicht gut. Kirol, komm doch mal her. Willst du nicht noch ein paar Punkte, Diplop-Punkte in dein Gold reingepumpt haben? Hm, willst du das? Und Liebe, kommst du dann? Äh... Könnte ich eigentlich Rostock oder Wiesma bekommen? Äh, Kaiser? Auch mal den müsstest du später hochfragen. Äh... Du kriegst... Du kannst... Wiesma haben. Und dann kurz nochmal die Hanse in meinen Preußens-Chloria-Channel. So, halt, weil wir haben ja kurz Krieg. Ja. Wir sollten mal kurz organisieren. Also, hast du Zugang zu Mecklenburg? Äh... Mecklenburg, die ist nur mein Nachbar. Ja, genau, weil du musst da ja rauskommen. Ja. Das einzige Problem ist... Bei denen sind die ja verbindet. Mit Sachsen und Werden. Ja, aber du musst ja bloß Militärzugang haben, wenn nicht. Dann werden sie dir ja geben, oder? Ähm... Mecklenburg ist mein Feind und... Ja, eben. Dann schick mal deinen Truppen zu mir rüber. Äh... Nach Pregnitz. Bei Brandenburg. Links von Berlin.